Ich zeichne einen Traum und deute ihn anschließend. Romantische Revolution vom 12. Juni 2020 Zusammen mit anderen Rebellen gelange ich in den innersten Kreis einer Stadt, die durch einen Herrscher regiert wird. Ohne Gewalt, sondern durch Tricks schaffen wir es, die innerste Stadtmauer zu überwinden und stehen jetzt auf einem sehr weiten Platz, wo sich Bürger der gehobenen Schichten tummeln. Es ist fast wie auf einem Festivalgelände. Das heißt, es sind unmittelbar um uns herum gar keine Häuser zu sehen, sondern vereinzelt traditionelle Zelte, Tipis oder so. Der Boden ist großteils Wiese, dazwischen sind Wege. Wir sind mit einem roten Zugwaggon hierher gekommen, der noch hinter uns steht. Ich rufe laut in die Menge, die Wahrheit über den Herrscher! Und andere Rebellen halten Flugblätter in die Luft. Es ist unser großer Moment der Aufklärung und es ist sehr aufregend, denn wir hoffen, die Menschen aufrütteln zu können und tun dabei doch etwas, das unter Höchststrafe steht. Ein paar Menschen schauen auch verwundert zu uns rüber, aber bevor wir noch überhaupt in die Gelegenheit kommen, uns zu artikulieren, strömen die Menschen so langsam davon, offenbar aufgrund einer Anordnung der Herrscher. Es steht jetzt ein zweiter Waggon etwas weiter entfernt auf dem Feld und jeder Mensch ist aufgefordert, zuerst durch den ersten, dann durch den zweiten Waggon zu laufen und am Ende des zweiten Waggons findet eine polizeiliche Kontrolle statt. Uns wird schnell klar, dass auf diese Weise wir als Rebellen identifiziert werden sollen und ich beginne leicht Panik zu entwickeln, denn den Befehl Folge zu leisten würde nicht gut enden, aber ihn zu verweigern ja auch nicht. Kurz frage ich mich, ob ich unter dem zweiten Waggon hindurch vielleicht mit meiner Pistole die Wachen abschießen könnte, aber es ist eigentlich zu eng und ich würde ihre Füße erreichen, mehr aber nicht und ich könnte vielleicht sogar Zivilisten treffen. Und schlüssig renne ich dann zu einem Zaun in der Nähe von dem Waggon, um hier vielleicht einen Ausweg zu finden oder einen günstigen Punkt zum Angreifen. Ich tue dann so, als würde ich noch eine Notdurft verrichten, werde aber bereits kritisch von einem der Wächter beäugt. Also renne ich zurück. Ich verstecke mich zunächst einmal innerhalb eines der Zelte, die hier aneinandergereiht stehen, so dass man vom einen ins andere gehen kann. Sie sind alle wie Tipis gebaut und die Bewohner, die sind ja aufgrund der Verordnung jetzt ausgeflogen, so dass ich unbemerkt hier bleiben könnte. Dann öffnet sich der Eingangsspalt vor mir und zu meiner Überraschung steht eine Freundin vor mir, die es im Wachleben nicht gibt. Im Traum ist hier so eine Mischung aus zwei Personen, die ich früher mal kannte und süß fand und ich nenne sie auch Selina, so wie eine von den beiden Bekanntschaften im Wachleben. Hier im Traum sind wir ein Paar, sie lebt allerdings in diesem inneren Stadtkern unter der Herrschaft des Regimes. Sie ist also keine Rebellin, so wie ich, aber sie lebt ihr angepasstes Leben nur zum Schein und steht eigentlich auf der Seite der Rebellen. Die Situation hat für mich damit ganz ähnliche Vibes, wie ich mir so die Zeit zu Nazi-Deutschland und den von ihnen gesetzten Gebieten vorstelle. Selina, sehr hübsch, hat Sommersprossen auf der Stupsnase und ein sanftes, aber auch ein sehr aufgewecktes Gesicht. Sie fragt mich irgendwas, was wir jetzt unternehmen wollen oder so und beim Reden sind wir uns sehr nah. Aber ich bin alarmiert. Schnell, wir dürfen nicht zusammen gesehen werden, ruf ich und blickt nervös zur Seite, wo auch schon ein bulliger Wächter steht, weiter entfernt und er blickt zu uns rüber. Scheiße, er hat uns gesehen. Ich trenne mich von ihr und lauf davon. Wir begegnen uns noch einmal und ich sage ihr dann, dass wir zusammen gesehen wurden. Dann haue ich wieder ab. Da sie undercover lebt, wird es sehr schwer auf sie zurückfallen. Sie könnte sogar hingerichtet werden. Das kann ich nicht riskieren. Ich will sie schützen, auch wenn das bedeutet, dass wir keinen Kontakt mehr haben dürfen. Auf meinem Weg von den Zelten weg begegne ich dann dem bulligen Wächter. Ich wollte ihm sogar begegnen, denn er muss als Zeuge auf jeden Fall schnell aus dem Weg geräumt werden. Noch ist er nur argwöhnisch. Noch nicht sicher, dass ich ein Rebell bin. Deswegen will er mich kontrollieren. Ich halte schnell meine Waffe hoch, die nicht als solche erkenntlich ist. Sie sieht ungefähr so aus, wie das Objektiv einer Kamera. An der Seite kann ich etwas zurückschieben und wenn ich es loslasse, fliegt ein Bolzen aus der Mitte heraus. Schauen Sie mal, stimmt damit was nicht? Frage ich den Wächter und halte ihm das Objektiv entgegen. Er begutachtet es ganz nah mit seinem Auge. Mein Daumen zieht an der Seite das Teil vor, zieht sich nicht zurück und BÄM! Der Bolzen durchdringt sein Auge bis ins Gehirn. Doch der Typ ist so bullig und mächtig, dass er trotz dieser schweren Verletzung seine eigene Waffe noch zücken kann. Und ich muss alle Kraft aufwenden, um seinen Arm zur Seite zu drücken, sodass er nicht auf mich zielen kann. Schnell feuere ich dabei auch noch den nächsten Bolzen in sein zweites Auge und nun erst ist er lahmgelegt. Er sackt etwas zusammen, noch ist er lebendig, aber fast bewusstlos und ich stütze ihn schnell. Was soll ich jetzt machen? Ich schleppe ihn dann rüber zu seinem Zelt, in dem, wo ich vorher war und ich hoffe, dass es nach außen so wirkt, als würde ich einfach einen Betrunkenen zu seinem Bett geleiten. Aber dann tauchen zwei Jungen auf, die sehr neugierig sind und wissen wollen, was sie hier machen. Haut ab, rufe ich. Doch sie werden immer neugieriger. Wenn ihr nicht abhaut, tödte ich euch, rufe ich, ziemlich übertrieben, da mir nichts einfällt, um sie zu vertreiben. Ich kann sie nicht töten, denke ich mir und ich hoffe echt, dass die Drohung ausreicht. Offenbar schon, denn tatsächlich verschwinden sie dann irgendwann und ich lege den schweren Mann mit dem Kopf nach unten ab, so dass es so aussieht, als würde er nur schlafen. Das verschafft mir einige Zeit und es gibt keine Zeugen mehr, die mich und Selina zusammen gesehen haben. Sehr gut. Der Tunnelblick löst sich etwas und ich bekomme wieder Perspektive. Sofort muss ich an Selina denken, an ihr Gesicht, an unsere Liebe, die im Traum einfach unglaublich stark ist. So stark, dass ich an meinem Plan, sie zu schützen, zweifle. Ich will sie wiedersehen. Ich muss sie suchen. Es ist so total unvernünftig und ich hätte mir auch die ganze Mühe jetzt eben sparen können. Aber was bringt mir die ganze Rebellion, wenn ich nicht mit ihr zusammen sein kann? Lieber sterben und lieben, als geschützt leben ohne die Liebe. Also mache ich mich auf die Suche, ungewiss darüber, ob ich sie finde und wie es mit uns dann weitergehen wird. Nun zur Deutung. Träume von einer Übermacht, der ich gegenübergestellt bin, habe ich schon sehr lange. Mein Umgang mit dieser Situation variiert aber und verändert sich auch im Laufe meiner Träume. Wenn ich im aktuellen Traum mein Verhalten betrachte, sehe ich, dass ich zunächst sehr aktiv bin, sehr mutig, die Wahrheit aussprechen und andere damit erreichen möchte. Diese Tendenz zeigt der Traum und konfrontiert mich dann auch gleich mit der befürchteten negativen Reaktion. Jetzt ist es interessant, dass ich hier im Traum zwischen verschiedenen Strategien hin und her springe. Soll ich fliehen? Soll ich kämpfen? Soll ich mich totstellen, indem ich mich verstecke? Die Freundin repräsentiert noch eine weitere Strategie, nämlich den Schein, nach außen hin zu leben, mitzuspielen, ohne überzeugt zu sein davon. So etwas habe ich früher auch öfter mal in Träumen gemacht, aber sie steht für noch mehr. Sie motiviert mich ja, von dem Ansatz des Versteckens überzugehen zum Ansatz des Kämpfens. Und das Verstecken, das erlebe ich sehr oft in meinen Träumen, das bringt auf jeden Fall gar nichts. Konfrontation ist ja schon besser. Und das ist auch so eine Entwicklung, die ich in meinem Leben, im Wachleben durchmache. Und wie motiviert sie mich, den Konflikt mit dem Wächter einzugehen? Durch die Liebe, durch dieses starke Gefühl, sie schützen zu wollen. Interessant ist auch die Wendung am Ende. Ich komme da ja zu der Überzeugung, dass das Risiko einzugehen besser ist, als für immer unter der Herrschaft oder in der Flucht zu leben. Denn die Herrschaft bedeutet im Traum ja praktisch, die Liebe und Freiheit, für die wir brennen, gar nicht ausleben zu können. Und damit komme ich weg von der Vorstellung, ich als Heldin, die alles auf sich nehmen kann oder sollte, und die andere als schützenswerte, aber nicht selbst agierende Person. Das heißt, es reflektiert auch mein Beziehungsverhalten, das sich seit den letzten Jahren sehr verändert. Die Revolution jedenfalls, die hier in Traum thematisiert wird, hat mehrere zusammenhängende Bedeutungsebenen. Und ich denke, wir brauchen auf allen diesen Ebenen eine Revolution, um in Freiheit leben zu können. Gesellschaftlich, innerpsychisch, romantisch.